Im Rahmen einer Serie hatte ich euch durch die verschiedenen Phasen der Krise eines Unternehmens geführt und euch gesagt, wie ihr euch sinnvollerweise in der jeweiligen Krise verhaltet. Wir sind jetzt quasi in der letzten Stufe angekommen, dem Übergang von der Ertragskrise in die Liquiditätskrise. Und dieser Übergang ist sehr, sehr gut zu erkennen, während in den anderen Krisenphasen ich ja immer so ein bisschen Vorbehalt hatte, ich hatte euch so ein paar Anhaltspunkte gesagt. Da gibt es aber natürlich auch immer ein bisschen wieder Gegenargumente. Wenn es jetzt eine allgemeine Krise ist, zum Beispiel Corona oder so, da kann manchmal ein Unternehmen Anzeichen für eine dieser Krisen aufweisen und Corona vorbei, also Problem vorbei, alles vorbei, ja, alles wieder gut. Das gibt es auch, muss man auch sagen, das hatte ich letztes Mal nicht so erwähnt, aber das wiederum ist relativ leicht zu identifizieren, wenn eine Branche offensichtlich vorübergehend von einem Umstand allgemein betroffen ist, dann ist es so, dass da die wenigsten, also dass das auch ziemlich gleichmäßig eintrifft. Es betrifft die unterschiedlichen Branchen unterschiedlich, aber es trifft innerhalb der Branche doch alle ziemlich gleichmäßig. Das Luxusrestaurant hatte genau solche Probleme während Corona wie der kleine Imbiss. Der kleine Imbiss konnte vielleicht noch leichter irgendwelche Gesetze umgehen, umgekehrt konnte das große Restaurant aber sich leichter staatliche Hilfen besorgen. Also gleicht sich das quasi wieder so ein bisschen aus, ja. So, jetzt sind wir aber in der Phase hier, wo man sagen muss, es wird für die Arbeitnehmer jetzt eng, ja. In der letzten Phase hatte ich ja gesagt, das sind dann vor allen Dingen die Boni, die wegfallen, die erfolgsorientierte Bezahlung fällt weg. Jetzt geht es richtig daran, in Richtung Zahlungsunfähigkeit oder partieller Zahlungsunfähigkeit. Du merkst es daran, das Gehalt kommt nicht pünktlich und gerade in kleinen Unternehmen manchmal auch gar nicht mehr. Und der Inhaber sagt, ja Leute, wir müssen jetzt mal zusammenbeißen die Zähne und wir müssen das Unternehmen retten. Du musst auf Gehalt verzichten und dies und das. Und da gibt es jetzt bestimmte Dinge, die man machen kann und bestimmte Dinge, die man auf keinen Fall machen sollte in dieser Phase. Und ich fange jetzt erstmal damit an, was man nicht machen sollte. Man sollte niemals in so einer Phase auf irgendwelche Vergütungen verzichten. Was immer dir der Arbeitgeber erzählt, ich kann dir sagen, es wird nicht eintreffen. Oder es wird vielleicht in so einem absoluten Ausnahmefall eintreffen, dass ich ihn hier unter, naja, ich sage euch das ja immer, wenn was mit 90, 95 Prozent der Wahrscheinlichkeit eintrifft, dann gehe ich davon aus, dass der Unterschied zu anderen Juristen, die immer den Sonderfall noch drei Stunden behandeln, ich sage immer, wir wollen uns mit den Standardfällen beschäftigen und mit diesen Standardsituationen, wie sie auftreten. Und da wird es nicht gut sein, wenn du auf irgendwas verzichtest. Warum? In der Regel ist dieser Vorgang dieser Krisen in so einer Phase, wie wir jetzt sind, irreversibel. Natürlich wird dir da was anderes erzählt. Natürlich gibt es da einen Insolvenzverwalt. Natürlich veräußert der vielleicht das Unternehmen. Natürlich führt das vielleicht vorübergehend aus der Krise. Aber guck dir die großen strukturellen Krisen an. Ich sage immer nur am besten Beispiel. Karstadt. Ein Beispiel aktuell erleben wir auch im Automobilbereich. Da muss man einfach sagen, es ist in vielen Bereichen ein Tod auf Raten gewesen. Und wer jetzt auf was verzichtet, der hat vor allen Dingen folgendes Problem. Dem Unternehmen hilft es letztendlich nur vorübergehend. Man selbst bleibt aber in einer schlechteren Situation zurück. Beispiel Arbeitslosengeld. Das bemisst sich nach dem letzten Einkommen. Ist das letzte Einkommen niedriger, ist auch das Arbeitslosengeld niedriger. Beispiel Abfindung. Faktor, egal wie man die rechnet, Faktor ist ja immer die Vergütung. Ist die Vergütung niedriger, ist die Abfindung niedriger. Wenn ich sage, ich hole das Sechsfache raus bei einem Jahr Beschäftigung, sechs Brutto-Monats-Gelder beispielsweise, macht das einen Unterschied, ob das sechs mal 5.000 Euro oder sechs mal 4.500 Euro oder noch weniger sind. Und je höher die Abfindungserwartung, umso größer sind die Unterschiede. Aber das ist noch gar nicht alles. Es geht weiter. Auch in der Rente nachher. Jede Kürzung führt zu einer quasi Kettenreaktion. Und wer das mal ausrechnet, der würde so einer Kürzung niemals zustimmen. Das heißt, die meisten Leute machen das nur, weil sie sich die Konsequenzen gar nicht vor Augen führen. Hier jetzt in der Phase immer noch, wenn man einen lukrativen Aufhebungsvertrag verhandeln kann, solche Sachen immer noch sinnvoll, immer noch sinnvoll hier zu kämpfen. Aber es wird schon deutlich schwieriger. Auch bei uns, muss ich auch ganz klar sagen, die Ergebnisse werden schlechter. Wenn wir eine Insolvenzdrohung haben, also wenn wir in dieser Krisenphase am Anfang noch sind, dann sage ich auch nicht mehr im Erstgespräch so rosige Dinge. Dann sage ich auch, naja, mit Rechtsschutz machen wir es natürlich auf jeden Fall. Auch ohne Rechtsschutz würde ich es tun. Aber ich bin schon etwas vorsichtiger in meiner Beratung. Und wenn jetzt schon Dinge wie Insolvenzverwalter, der dann erleichtert kündigen kann, der Insolvenzverwalter, der kann zwar nicht, es ist nicht so, dass die Kündigungen nicht angreifbar sind. Wenn jetzt nicht allen gekündigt wird, muss der auch einen Sozialausfall beachten. Aber der hat zum Beispiel eine generelle Frist von drei Monaten maximal. Und das ist natürlich wesentlich weniger, als viele schon haben. Und viele haben ja schon sieben Monate oder sogar ein Jahr oder länger Kündigungsfrist aufgrund Vertrag oder Gesetzes. Und dementsprechend benachteile ich das dann besonders die Alten, die schon lange dabei sind. Und es ist eine Situation, wo eben zwar ich immer noch empfehle zu klagen, aber zurückhaltender bin. Hier ist jetzt wichtig, dass du das gemacht hast, was ich dir in den Videos zu den anderen Krisenphasen gesagt habe. Du hast deine Rechtsschutzversicherung besorgt. Hier ist die ganz, ganz wichtig, weil in den meisten anderen Fällen kann ich euch immer sagen, wenn ihr keinen Rechtsschutz habt, mein Gott, ich hole da so viel raus, die setzt die Kosten von der Steuer ab, Risiko ist sehr gering. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Jetzt ist zum einen das Risiko natürlich höher, weil der Insolvenzverwalter leichtere Möglichkeiten hat zu kündigen. Und auch die Frage, ob man dann, was dann übrig bleibt, die ist schon entscheidender, weil die Abfindungen letztlich nachher auch nicht mehr so hoch sind. Trotzdem, auch in dieser Phase, rate ich meistens zu kämpfen, sich also auch gegen eine Kündigung des Insolvenzverwalters zu Wehr zu setzen. Wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Stichwort Air Berlin. Da hatte ich auf dem Betriebsübergang mich kapriziert und habe gesagt, dann sind die Kündigungen ja unwirksam, auch von einem Insolvenzverwalter. Man dachte, Lufthansa würde das doch übernehmen. Ich wusste damals gar nicht, wer da konkret im Gespräch ist, aber ich dachte immer, diese ganzen Slots und die Flugzeuge, das werden nicht alles verschrottet, wurden nicht weggeschmissen. Damals zumindest war es so, die Leute fliegen doch weiter. Ja, und es kam zwar nicht zu diesem Übergang, weil das Kartellamt den untersagt hat. Aber, oh Wunder, auch hier war es richtig, trotzdem zu klagen, zwar aus anderem Grund, ja. Aber wieder mein Standard, das generelle, setz dich zur Wehr, hat auch da gegriffen. Denn wir hatten plötzlich die Überraschung, dass es ja noch ganz verschiedene Tochterunternehmen waren, bei denen unsere Mandanten beschäftigt waren. Da war zum Beispiel teilweise noch Geld da. Dann gab es eben doch irgendwelche Dinge, wo man über den Übergangs- und Teilbetriebsübergang diskutieren konnte. Dann gab es Nervfaktoren, ja. Wir hatten noch Betriebsräte, wo dann irgendwann die einfach keinen Bock mehr hatten an der zweiten Instanz, ja. Und da haben die einfach doch was angeboten. Letztlich waren unsere Mandanten alle da gut am Start. Und das hat sich ja auch nachher für Air Berlin gezeigt, dass es gar nicht so dumm war, sich da zu dealen, weil sich ja später herausgestellt hat, für die, die weitergekämpft haben, vom Bundesarbeitsgericht, dass die Massenentlassungsanzeige nicht ausreichend war und die ganzen Kündigungen wiederholt werden mussten. Das alles zeigt, auch in diesem Stadium lohnt es sich noch zu kämpfen. Allerdings sind die Aussichten wesentlich geringer. Und das ganz große Problem, was ich immer sehe hier, ist, dass dann eben sehr viele Leute aus einem Unternehmen plötzlich auf dem Markt sind. Und das schmälert die Chancen, woanders zu guten Bedingungen unterzukommen, doch erheblich.